Hallo, heute sind wir bei der Pferdeshow. Nein, nein, jetzt gibt es schon wieder ein Problem. Immer müssen wir das Problem lösen, darum gibt es immer ein gutes Problem. Okay, jetzt kann mal die mitkommen und Louis mitkommen. Wir sind am besten. Kommt mit. Hey, was ist denn für ein Problem? Meine Mutter und mein Vater steigen sich schon wieder, das gibt es immer Ärger. Was ist? Was macht ihr denn? Nix. Okay. Kann ich mal? Hey, hey Lisa. Hi. Ihr sollt euch lieber nicht streiten, sonst verhungern eure Kinder. Oh, das habe ich ja vergessen. Ja, die haben sich nur kurz gestreitet, weil ich habe sie schon gesagt, sonst verhungern die Kinder. Ich bin Tanni. Ich bin die Mutter von den Kindern. Ich koche alles und so, deswegen bin ich die Mutter von den Kindern. Ich bin Hanja, ich bin die Schwester von meiner Mutter. Wir sind noch einen Besuch gekommen, dass wir mal ein bisschen die Kinder besuchen. Und ich bin Hanna. Ich bin Kleini. Honey Appel. Honey Appel. Ich bin auch klein. Ich bin die Schwester, die kleine Mädchen von die... Hallo, ich bin Prinzessin Hanna. Ich kann alles tun. Ich habe mehrere Kräfte und so. Ich bin Heisi. Ich habe so welche Kräfte und ich bin die Freundin. Ich bin Einhorn. Ich bin Einhorn. Ich habe mehrere Kräfte und bin die kleine Schwester von hier. Ich bin Königin Adina. Ich bin besser. Ich bin das stärkste Mädchen von der ganzen Welt. Ich bin Louis. Ich bin der Bruder. Deswegen kann ich euch nicht verraten, ich habe ein Geheimnis. Das ist unser Königreich. Das heißt Traumschloss. Traumschloss. Hört mal alle her. Hört mal alle her. Hört mal alle her. Seht ihr es? Das Licht. Guck. Hört mal alle her. Okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt gehen. Ähm. Tschüss. Tschüss, Hanna. Tschüss, Hanna. Tschüss. Wir sehen uns morgen, weil ich darf morgen selbst zu Besuch kommen, weil morgen gehen wir halt. Tschüss. Ich gehe in einer anderen, jetzt glaube ich, wo wohl wieder die anderen sind. Ich glaube, es ist jetzt dunkel. Tschüss. Endlich bist du wieder zurückgekommen. Hey, ich habe euch heute gesehen, weil ihr euch gestreitet habt. Ja, wir sind hungern schon die ganze Zeit, okay? Morgen darf ich wieder zu meiner Freundin. Ja, ich bin die Mutter von die. Und ich habe ein Kind. Das da ist mein Kind. Und das Kind ist noch mein, das ist mein Bruder. Und das, das ist meine Schwester. Das ist auch meine Schwester Norval. Das ist meine Mutter. Ja, ich bin die stärkste Mädchen. Aber ich kann alles machen. Ich bin noch größer. Das ist ein Horn. Das ist Louis. Das ist Honey oder so, wie ich alles gesagt habe. Ich bin Prinzessin. Ich bin, weiß ich glaube ich. Und ich bin die stärkste Königin von der ganzen Welt. Heute müssen wir jetzt, ich muss was kochen. Ich muss was kochen. Nachher müssen wir baden. Nachher müssen wir gut baden. Was gibt es noch? Weil wir baden nicht so. Ich muss jetzt was kochen. Guckt. Ich habe was gekocht. Essen. Mama. Das ist lecker. Das schmeckt aber lecker. Aber das ist nicht. Das ist eine Suppe. Krankheitssuppe. Das ist doch keine Krankheitssuppe. Das ist Buchstabensuppe. Ja, ich habe nur so gemacht. Louis, komm mal zum Essen. Ding, dong, dong. 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 Hi. Hi, Louis. Wartet schnell. Hi. Hi, Anna. Ihr dürft mitessen. Hi. Hi. Gleich kommt wieder Lisi. Sie hat jetzt irgendwas zu tun. Sie hat Hausaufgaben. Ich gehe in die Schnelldruck. Ich gehe in die Badewanne. Gleich auch. Ja. Guckt. Das ist die Badewanne. Hier können wir alle baden. Glaubt mal. Hier ist unser Handtuch. Wow. Spannend. Das ist echt kalt. Glaubt mal in die Badewanne. Jetzt gehe ich hier oben. Wir stellen uns gleich nach da rein. Jetzt auch mal die kleine. Ah, ha, ha. Ich kann auch schwimmen. Vielleicht. Druck ich mich auch nicht aus. Dann gehe ich wieder raus. Und dann stelle ich mich auch hier. Du darfst dich hier unten stellen. Okay. Hey, ich habe noch was hier drauf. Das ist nicht hier. Da. Jetzt. Das du, Großer. Das du, Großer. Wow. Meine Füße sind nass. Und echt kalt. Ja, das ist immer kalt. Das ist kälter. Wenn du nicht deine Füße abdruckst, dann wirst du kalt. Ich lasse dich hier unten stellen. Dann darfst du, Anna. Ich meine. Jetzt druck ich mich auch ab. Nehme auch das andere Handtuch. Jetzt. Wann darf ich? Endlich. Jetzt darfst du. Jetzt musst du dich abtrucken. Normal musst du mal deine Füße abtrucken. Hallo. Okay, wo darf ich? Du musst dir noch von dort deine Küche lassen. Lass das ab dem Boden. Oh, jetzt bin ich echt nass. Jetzt muss ich das Ganze waschen. Okay, ich kaufe einen neuen Backel. Okay. Er ist schnell zum Lister gegangen, weil er hat alles gemacht. Oh nein, das hast du jetzt gemacht, du. Du bist ein echter Frechdachs. Das war nicht ernst. Das war nicht ernst. Das ist alles abgewascht. Guck. Hey ja, das ist doch nicht lustig. Das muss ich jetzt in den Müll schmeißen. Das ist genau von dir. Genau von dir. Du musst mich nicht trocknen. Ja, wo ist der Müll? Nein. Einfach irgendwo. Zeig dir nichts. Jetzt bist du schon abgedruckt. Setz dich neben hin. Jetzt darf ich. Warst du schon? Ja. Dann komm hier oben. Warum? Das ist all der Zimmer. Ich habe den Eis. Warum darf ich auch nicht da hoch? Weil du zu groß bist. Versuch mal. Ja. Ich komm. Aber ich will nicht. Dass du meine ganze Wohnung. Du bist echt nervig. Das meine ich ins Ernst. Meine Familie ist gar nicht mal nervig. Das ist echt nervig. Das meine ich ins Ernst. Kannst du noch mal eine neue Handtuk kaufen? Ich geh ins Laden. Okay? Ja. Gut. Danke. Danke. Und ich muss jetzt gerne auch baden, aber ich weiß nicht, weil es zu kalt ist. Ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Lass du kurz. Äh, soll ich auch Essen kaufen? Ja. Danke. ... Back. Ich komm mal in dersu Tayki. Backen. Ich mache das. Backen. あ? Ich lasse Mine Assasen her. Ich mache es einfach. Ich lasse Weihnachseer. Jetzt das! Du sollst dich wieder hier stellen, weil wir machen jetzt ein schönes Foto. Jetzt habe ich mich fest abgetrocknet. Jetzt das du, Lisa. Jetzt wünsche ich mir dich. Danke. Jetzt passt noch eins. Aber ich will nicht. Ich will hier unten. Ich will dort oben. Dann darfst du halt. Wer will noch dort oben? Niemand will noch oben. Wer will? Das ist so cool, Hermann. Ich will. Okay, dann darfst du hochgehen. Wo? Hier. Vielleicht sollen wir ein Foto machen von uns allen. Jetzt sollen wir ein Foto machen. Okay. Soll ich noch mal Essen bringen? Ja, weil wir haben fast kein Essen mehr. Es ist lieb von dir. Okay. Ähm, ich glaube, jetzt kommt Lisa. Ich glaube, jetzt kommt Lisa. Ähm, glaube ich jetzt auch. Hallo Mann, es ist jetzt 15 Uhr. Deswegen muss ich jetzt... Ding, dong, dong. Ja, jetzt ist ich gekommen. Hast du recht. Mach mal auf. Ding, dong, dong. Äh, hallo, ich hab's schon. Dann tue ich's. Der Küche. Hab ich schon. Hi, Luis. Hi. Geh weg, du, Luis. Ich mag dich gar nicht mehr. Ja, die machen sich immer gar nicht mehr. Hey, du. Ich mag dich auch gar nicht mehr. Du. Wir beide sind Freunde und ihr beide seid elf Freunde. Und sprech mir alles nicht mehr nach. Soll ich... Kannst du noch mal eine... Ein bisschen Essen bringen? Ja? Ja. Ach, mal bringen, Gabi. Ähm, Salami. Und dann mal waschen durch. Und der Salami. Salami. Hallo, ich hab's gemacht. Abgemalt, echtes Salami. Warte. Ich hab es schon getan. Oh, jetzt geht nicht mal raus. Einfach mal echte Salami waschen. Ich denke... Ich putze. Guck, du willst gar nicht mal putzen. Du. Ich will manchmal putzen. Du sag nicht mehr alles nach. Kann ich mal kurz... Hey, was war das für ein Gekrach? Das war unser Auto. Hey. Es wird gefallen. Nein, ist er doch nicht. Hey, lass das. Du blöder Ding. Du hast mich immer. Ich bin nicht gemarkt. Was machen wir ein Kampf? Ihr alle von oben, kommt mal. Wir werden einen Kampf machen. Okay, wo ist das Kampf? Und hier. Und hier. Er, uns. Kommt. Komm mal hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier ist die Mittelsache. Hier ist die Jungsseite. Vielleicht sind wir schon mehr. Los. Bist du stärker? Ja, okay. Wo ist ein Junge? Wo ist ein Junge? Sag mal, wo ist ein Junge? Alle Jungs kommen. Alle Jungs. Ich bin ein Junge. Wer ist ein Junge? Ich bin ein Junge. Dann komm. Hier sind mehrere Mädchen. Du nicht. Ich bin auch ein Junge. Dann komm mal her. Alle Jungs hierher. Alle Mädchen hierher. Ich bin auch ein Junge. Ich bin auch ein Junge. Bist du auch ein Junge? Ein Mädchen? Dann. Dann. Hey, lass das. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin überhaupt nicht von hier. Aber bist du ein Junge oder ein Mädchen? Weil wir machen einen Kampf. Ein Junge. Dann komm mal hier. Nein. Weil wir machen ein gutes Kampf. Nein. Weil es wird die Jungs gewinnen. Nein, ich will den Schloss zerbrechen. Nein, ihr dürft nicht. Das ist unser Schloss. Dann. Hey, lass das. Hey, lass das. Okay, darf ich mitmachen? Ja, geh bei der Jungsseite. Dann darfst du mitmachen, wann du willst. Na, wann du willst. Das ist mein Schloss. Nein. Ich will das Schloss beschützen. Okay, aber dann komm. Nein, ich will nicht mitmachen. Warum nicht? Weil ich will das Schloss einfach beschützen. Wir gehen nicht. Hä, hä. Wir müssen verlieren. Nein, wir werden niemals verlieren. Ihr werdet verlieren. Glaubt mal. Glaubt mal hin. Du werdet verlieren. Und wir werden gewinnen. Weißt du, was ihr seid? Ohne Verlier. Ihr seid ein Verlierer. Nur ein Verlierer. Versteht ihr das? Wir sind doch kein Verlierer. Wir sind ein guter. Guter. Verstehst du das? Hey, du bist ein Junge. Geh zu. Die Jungsseite. Die Mädchen werden bestimmt gewinnen. Ja. Ja. Sie ist alles ein Ja. Die Jungs sind Uuh, Uuh, Uuh. Blöcker. Was sagen die Jungs? Ja. Wann ist das endlich fertig? Jetzt, ähm, bis, tschüss, bis nachher. Tschüss. 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 Wir sehen uns heute nicht mehr. Wir sehen uns gleich wieder. Was nimmt der? Doch. Nein. Okay, dann nein. Tschüss, 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 tschüss.